Im idyllischen Bayern, knapp nach der österreichischen Grenze, hat in der alten Traunsteiner Walzmühle Biotiqueinzug genommen. Begonnen hat es so, wir haben uns im Grunde unsere tolle Tee-Station genommen, haben uns ein Muster machen lassen quasi und haben das unter den Arm genommen, sind zu zweit ins Auto gestiegen und sind am Tag in 30 Hotels und haben unseren Tee vorgestellt. Kreativität und Innovationsgeist sind die Grundpfeile auf die Biotique in Erfolge im mittlerweile vierten Jahr aufgebaut hat. Also wir sind nicht diese große Teekompanie, die hunderte Tonnen im Jahr produziert, sondern wir machen was Kleines, Feines mit einer sehr guten Qualität. Die Mischungen entstehen bei uns im Haus, wir kreieren die Mischungen selbst, Früchtetee, Grüntee, Räubuschtee, Schwarztee oder Kräutertee, je nachdem was eben gewünscht ist oder was wir gerade kreieren möchten und dann wird verfeinert. Die speziellen Teemischungen haben wir dann gemeinsam mit unserem Koch Harry Albel verkostet, besser gesagt geschlürft. Also Tee ist hip, wir meinen, dass Tee auch sehr sexy ist, weil es Spaß macht den zu trinken, weil du durch diese Sortenvielfalt und durch die Geschmacksvielfalt, die in den Teemischungen steckt, kannst du durch den Tag ganz unterschiedliche Stimmungen und Bedürfnisse damit abdecken. Und deshalb meinen wir, dass Tee gesellschaftsfähig geworden ist in einer modernen, gesunden oder gesundheitsbewussten Gesellschaft. Wir wünschen eine genussvolle Reise in die Welt des Tees. zwei the compressioner im ять.